Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht wieder um das kleine Meme-Coin-Experiment, wo wir uns vor, ich glaube, zwei Wochen das erste Mal angeguckt haben. Ich werde jetzt zu jedem Pre-Sale nochmal ein Video machen, einfach um euch nochmal auf den Laufenden zu halten, wie ich mich jetzt auch entschieden habe. Und wir fangen mit PP Unchained an. Bevor wir aber mit dem Video starten, lasst dem Video gerne einen Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt ihr gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr gerne tradet und noch ein paar Boni abstauben wollt, könnt ihr das gerne bei BingX, meiner Partner-Exchange, machen. So, jetzt aber zurück zu PP Unchained. Der Pre-Sale läuft weiterhin. Ihr könnt euch daran erinnern, wie gesagt, vor zwei Wochen hatten wir schon Einnahmen von 14 Millionen. Mittlerweile sind wir bei 17,8 Millionen im Pre-Sale. Also das läuft auf jeden Fall. Zu PP muss ich nicht wirklich was sagen. Eigene Blockchain, es wird hier wieder mit Rewards von 122% geworben. Darauf würde ich jetzt erstmal nicht wirklich was geben. Wir haben gesagt, wir picken uns bei ungefähr 10 Projekten immer mal einen gewissen Maß raus. Ich habe mich jetzt bei PP dazu entschieden, auf jeden Fall 100 Dollar zu investieren in den Pre-Sale. Ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Ihr könnt mit USD-Tether, Connect Wallet, bei BNB, ihr könnt hier mit allem möglichen einfach kaufen, wie ihr das wollt. Es geht hier einfach um Meme. Das Projekt hat keinen wirklichen Sinn. Es geht hier einfach um Meme-Coin Layer 2, so wie es da oben steht. Ihr könnt euch trotzdem gerne die Tokenomics angucken. Pre-Sale werden 40%, Staking 30%, Marketing 10%. Die Pre-Sale-Daten sind wir auch alle durchgegangen. Die sind hier einigermaßen normal. Es gibt 8 Milliarden Token. Wie gesagt, im Pre-Sale werden 40% hier eben weggegeben. Liquidity 7,5%. Man muss halt einfach schnell sein. Das ist eben das Prinzip bei solchen Meme-Coins. Die musst du wieder schnell im Endeffekt loswerden. Trotzdem, es ergeben sich Chancen. Ich habe gesagt, 200 Dollar werde ich da reinstecken und das war's. Wenn ihr das machen wollt, die Links dazu unten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Projekt interessiert bzw. ihr ein bisschen zocken wollt und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal hier, dann findet ihr die Links unten in der Videobeschreibung. Mehr muss ich dazu nicht machen. Wann der Launch ist, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall, es gibt noch ein paar Price Increases momentan. Oder wir haben ja schon das letzte Mal deutlich billiger gekauft. Trotzdem, ein Tag, eine Stunde, 42 Minuten. So lange läuft es noch. Ich werde euch aber alle Links unten in die Videobeschreibung reinpacken. Ansonsten warten wir mal ab, was hier noch so vorangeht. Ich werde euch auf jeden Fall immer wieder mal auf dem Laufenden halten. Seid ihr existiert auf jeden Fall noch, warten wir es einfach mal ein bisschen ab. Und hier steht auch nochmal die ganze Supply, wie die sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird. Also die komplette Supply von 8 Milliarden wird es sowieso erst Mai 2026 geben. Aufgrund eben auch der ganzen Tokenomics und sowas. Und den Rest, ja, warten wir erst einmal ab. Ansonsten gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr schon investiert seid. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen zum nächsten Meme-Projekt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.